Pavel Andreevich Schuvalow war ein russischer General und Diplomat. Leben aus der Offiziersfamilie Schuvalow stammend, trat er 1786 als Kornet in ein Garde-Kavalerie-Regiment der russischen Armee ein und wurde 1793 zum Unterleutnant befördert. Schuvalow diente 1794 unter dem Befehl von Alexander Vassiljevich Souverau während des Koskiersko-Aufstandes in Polen. Dort machte er den Sturm auf die Warschauer Vorstadt Pagar mit. Im Jahr 1798 wurde er zum Oberst ernannt und diente ebenfalls unter Souverau 1799 während des Ersten Koalitionskrieges in Italien. Beim Übergang über den St. Gotthard wurde ihm durch einen Streifschuss ein Knie zerschossen. Im Alter von nur 25 Jahren wurde er 1801 zum Generalmajor befördert. Drei Jahre später wurde er Kommandant eines Kürassier-Regiments. Vorübergehend hatte er 1806 ein Dragoner-Regiment inne, ehe er sein altes Regiment zurückbekam. Im Vierten Koalitionskrieg 1806-07 befehligte er die Neuen. Division unter General Pjototir Kirillovicessen. 1809 zeichnete er sich im finländischen Krieg als Befehlshaber eines Gor gegen Schweden aus. Unter anderem gelang es ihm durch einen Marsch über das Eis eine Stadt einzunehmen. Dabei wurden 8000 Schweden gefangen genommen und zahlreiche Geschütze erbeutet. Dafür wurde er zum Generaladjutanten des Zaren Alexander I. ernannt. In dieser Funktion übernahm er zwischen 1809 und 1811 mehrere diplomatische Missionen nach Wien. Während Napoleons Russland Feldzug 1812 befehligte er anfangs das Vierte Korps der Erste Westlichen Armee. Musste den Posten aus Gesundheitsgründen aber aufgeben, während der Befreiungskriege war er Begleiter des Zaren im Generalstab. Er zeichnete sich in der Schlacht bei Kulm aus, wofür er das preußische Eiserne Kreuz verliehen bekam. Er schloss im Namen von Alexander I. den Waffenstillstand von Pleswitz. Nach der Völkerschlacht bei Leipzig erhielt er den St. Alexander-Orden. Er nahm in der Folge an weiteren Schlachten und 1814 an den Verhandlungen über die Übergabe von Paris teil. Nach dem Sieg der Alliierten eskortierte er die ehemalige Kaiserin Marie-Louise nach Österreich und Napoleon nach Frius. Auch nach dem Krieg hatte er als Diplomat das Vertrauen des Kaisers. Nach seinem Tod ehrte Alexander ihn durch die Teilnahme an seiner Beisetzung. Museale Rezeption Bei der Eskortierung Napoleons von Fontainebleau auf die Insel Elba übergab Schuvalo seinen Offiziersmantel an Napoleon. Diese Verkleidung war eine Vorsichtsmaßnahme, da man Anschläge auf den abgedankten Franzosenkaiser befürchtete. Der Mantel ist heute im Wiener Heeresgeschichtlichen Museum ausgestellt.